Verliere ich meine unbefristete EM-Rente, wenn ich nach Bolivien umziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine E-Mail-Anfrage reinbekommen auf Rentenbescheid24.de und zwar geht es da sinngemäß um folgendes. Ich lese das mal vor, bin ab Anfang Mai 2023 aus Deutschland abgemeldet, weil ich nach Bolivien umgezogen bin. Ich bekomme eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen. Bekomme ich diese weiterhin auch gezahlt, wenn ich nach Bolivien umgezogen bin? Ich bin jetzt 59 Jahre alt und erhalte diese Rente schon seit 2012. Danke für Ihre Antwort. Ja, hier meine Antwort zurück. Das ist relativ einfach. Grundsätzlich ist der Umzug in ein nicht-europäisches Ausland kein Grund, die bewilligte Rente wegen voller Erwerbsminderung abzuerkennen. Der im Gesetz, im SGB VI, bekannte Grund, eine EM-Rente abzuerkennen, ist der, dass die Rentenversicherung Anhaltspunkte dafür hat, dass der Betroffene oder die Betroffene wieder mehr als drei Stunden arbeiten kann. Daher muss sich unsere Anfragen aus meiner Sicht aktuell keine Sorgen machen, dass ihm die EM-Rente aber erkannt wird. Denn wenn er oder sie den Umzug bei der für sie zuständigen Rentenversicherung angezeigt hat, gäbe es noch einen kleinen Vorteil, dass sie sozusagen, wenn sie in Bolivien leben, dann die Monatsrente ohne Abzug für die Kranken- und Pflegeversicherung bekommen. Sie kriegen die als Brutto-Rente ausgezahlt. Sollten sie aber einen Beitragszuschuss beantragt haben, weil sie zum Beispiel in einer privaten Krankenversicherung in Deutschland waren oder sind oder freiwillig gesetzlich versichert sind, dann entfällt bei dauerhaften Wohnsitz in einem nicht-europäischen Ausland dieser Beitragszuschuss. Das muss ihnen dann auch klar sein. Sie sollten sich, das ist mein Rat, auch in Bolivien dann weiter Krankenversicherung. Meine Erfahrung ist, dass der Auslandsumzug grundsätzlich kein genereller Grund dafür ist, die einmal bewilligte Rente wegen Erwerbsminderung abzuerkennen. Etwas anderes wäre es nur, wenn sie eine Arbeitsmarktrente bekommen, dann haben sie das Problem, dass die Rentenversicherung ihnen die Arbeitsmarktrente aberkennt, weil hier diese sogenannte Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes für Bolivien nach deutscher Rechtslage nicht gilt. Das ist aber in unserem Fall Gott sei Dank so nicht, denn die EM-Rente wurde ja aus medizinischen Gründen bewilligt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.